Ich verkaufe die Hütte bald, um mir ein Traumhaus zu bauen. Gute Entscheidung. Okay, aber ich denke mal, dass wir ein bisschen mehr Strom benötigen. Hier klagen schon manche an Strommangel. Abdeckung der Stromversorgung. Scheint aber nicht ganz zu funktionieren. Das Atomkraftwerk möchte ich noch nicht bauen. Aber ich denke mal, dass wir es müssen. Ich denke wirklich, dass wir es machen müssen. Aber das... ...ist extreme Luftverschmutzung. Ich möchte es mit grüner Energie alles machen. Dann mache ich hier einfach ein Sonnenkraftwerk hin. Grüne Energie. Grüne Energie. So. Zack. Mm-hmm. Hmm. Wo man das jetzt hier gut platzieren kann. Hier schon mal gar nicht. Gesellt sich das zu unserem Sonnenkraftwerk dazu? Ja. So. Kann man das noch irgendwie ausbauen? Yes. Was ist denn das? Sonnenwärmekraftwerk. Jetzt müssen wir eigentlich genug Strom haben. Gebäude ohne Strom. Ja, warum bekommen die denn keinen Strom? Benötigt. Und wir haben mehr als benötigt. Hm. Die stelle neue Leute ein. Da will anscheinend sich niemand bewerben. Die Müllhalde stört etwas. Hm. Jetzt bekommen hier alle keinen Strom. Komm, jetzt. Glauben Sie wirklich mit ein paar mageren Turbinen, die Sie sich die ganze Stadt mit Schub versorgen? Also wirklich, Bürgermeister. Bleiben Sie realistisch. Bearbeiten wir das mal. So. Und so. Die stellen immer noch neue Leute ein. Allmählich sollte jetzt schon mehr Strom gehen. Okay. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja. Die brauchen mehr Arbeit. Aber wie? Wie kann ich denen jetzt helfen? Hm. Jetzt haben wenigstens alle wieder Strom. Das ist die Hauptsache. Geschlossen. Ich stelle neue Leute ein. Ich schalte das hier mal aus. Lädt Lichtzellen auf. Ich möchte wissen, wer mehr Strom bietet. Jetzt kriegen wir so einen kleinen Stromausfall. Aber die haben wieder mehr Leute. Okay. Wo haben wir eigentlich Polizei? Eine Polizeiwache wäre. Hier ganz ruhig voll. Lädt Lichtzellen auf. Jetzt schalten wir das wieder ein. Jetzt, wenn wir auf Strom schauen. Kraftwerk stellt ein. Ihr Kraftwerk... Ihr Kraftwerk stockt das Personal auf. Es geht in Betrieb. Sobald ausreichend Arbeiter da sind. Das erzeugt jetzt nachts gar nicht. Das habe ich nicht mitbedacht. Wir brauchen einfach mehr Bewohner. Wir brauchen einfach mehr Bewohner. Also... ... ... ... So. So. ein paar straßen verlegt aber ich glaube dann bin ich mal diese folge wenn wir noch ein paar wohngebiete aus halt hinsetzen bis hier bis hier dann wieder hier aber ja damit wenn ich die folge ich sag dann tschüss ich hoffe dass es euch gefallen hat Ciao